Woran erkennt man am häufigsten, dass ein Film nicht mehr up to date ist und möglicherweise schon drei Jahre alt? Wenn jetzt keine Profis am Werk waren und ihr wollt ja vielleicht Profi werden oder zumindest so weit, dass man den Film längerfristig auch schön verwenden kann, dann denkt bitte auch dran, dass nicht irgendwo das Datum auch noch sichtbar wird. Ganz gerne auf Schreibtischunterlagen oder so. Da steht dann drauf 2016, 2017 oder 2019, 2020. Wer weiß, wann das hier gezeigt wird. Das heißt, seht zu, entweder nehmt ihr andere Schreibtischunterlagen, nehmt die runter, spart die im Bild aus und natürlich Kalender, die an der Wand hängen, ebenfalls problematisch. Hängt die ab und macht ein schönes Produktionsbild an die Stelle und lasst bitte nicht die Stelle frei mit dem Nagel drin und der alten vergilbten Umrandung. Sowas passiert nämlich sonst auch gerne. Also alles, was irgendwie aktuellen Bezug hat mit Datum und so weiter, eliminieren und dann seid ihr schon mit der halben Miete dabei.